Was ist ein ADF? Ein Radiokompass, auch ADF, Englisch Automatic Direction Finder, RDF, Englisch Radio Direction Finder oder Funkkompass ist eine bordseitige Empfangsanlage zur Funknavigation mittels Funkpeilung zu einem ungerichteten Funkfeuer, einem NDB oder zu anderen Funksendern, die ebenfalls im Frequenzbereich 190 bis 1750 kHz senden. Hier eine kurze Erläuterung. Das ADF dient der Positionsbestimmung in der Seefahrt und Luftfahrt, der Unterstützung bei der Flugwegkontrolle und wird bei Instrumentenanflügen angewendet. Ein Radiokompass wird auch in der terrestrischen angewandten Geophysik verwendet. Es dient also nicht als normaler Kompass, Anzeige der Himmelsrichtung, in die sich das Flugzeug gerade bewegt, sondern zum Anpeilen eines Teilzieles. Das ist ein Service von www.fluglehrerteam.de, dem Online-Schulungsportal für Ihre Piloten-Aus- und Fortbildung. Besuchen Sie doch einmal unsere Internetseite und informieren Sie sich über unsere Online-Kurse. www.fluglehrerteam.de, dem Online-Kurse.de, dem Online-Kurse.de, dem Online-Kurse.de, dem Online-Kurse.de, dem Online-Kurse.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017